Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Hofer Kopf-Bliesweg. Startpunkt dieser Etappe ist in Böllstock am ehemaligen Hofer Kopfturm. Dieser wurde vor ein paar Jahren leider abgerissen wegen Instabilität und er führt nach Homburg zum Lappentascher Hof. Dort in der Nähe ist mein ***, sprich dort ist auch unser Ziel. Diese Wanderung hat etwa 27 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Etappe so ist, dann kommt mit. Guten Morgen! Einen guten Morgen! Ja! Auf Wiedersehen. Das war's. Wir sind hier an der Spieser Höhe, eine sehr gefährliche Wegführung, leider geht es nicht anders. Wir sind hier an der Spieser Höhe, eine große Herausforderung, die wir hier haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Wegen diesen gesperrten paar Metern mussten wir einen Umweg von etwa einem Kilometer nehmen. Aber dieser Umweg war recht schön über ein altes Wehr und über ein Feld. Top, besser als Asphalt. Top, besser als Asphalt. Noch etwa zwei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns gut gefallen bis nach Becksbach. Ab Becksbach waren dann sehr viele asphaltige Strecken. Das hat uns überhaupt nicht gefallen. Aber davor sehr viele schmale Pfade, aber auch breite Wege, das ging alles. Aber der Asphalt, der war einfach nichts. Und die letzten drei Kilometer gehen jetzt auch noch bis nach Homburg zum Industriegebiet, zum Lappentascher Hof. Wie es dort hinten aussieht, weiß ich nicht. Aber momentan sind wir auf einem schönen schmalen Pfad. Richtig schön hier. Ja, und in diesem Sinne noch einen großen Dank an meinen Papa, der uns nachher in Homburg auch noch abholen kommt. Aber erst, wenn wir in McDonalds ein schönes, leckeres Eis gegessen haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch, sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Alle divertsi. ! Alle divertsi. Untertitelung des ZDF, 2020